Solle, Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge The Colonist. Ja, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind bei unserem Monument auf dem Weg, es fertig zu stellen. Wir brauchen noch ein Eisen und 14 Steine. Der große hier, der läuft schon los, Steine holen. Problem ist nur, irgendwie dauert das verdammt lange, bis die großen Level 2 Zellen fertig sind. Deswegen möchte ich heute als erstes nochmal hier einen zweiten Bauernhof hinbauen für die Zellen. Und noch einen Brunnen, dass sie nicht immer das ganze Wasser von da oben lang schleppen müssen. So, dann fangen wir auch direkt an. Einfach ganz gemütlich in Ruhe hier ein bisschen bauen. Schwupp, mal gucken, wie das Ganze so wird. Können wir natürlich in die Mitte keine Fahnen setzen. Sonst hätte ich gesagt, machen wir die Wege immer etwas kürzer. Immer so Dreie vielleicht. Dass die mehr zum Schleppen haben oder wir mehr Punkte haben, wo die Sachen abgelegt werden können. Dass das Ganze sich ein bisschen entzieht. Weil wie wir jetzt gesehen haben, letzte Folge oder die letzten Folgen, wo war das Wasser nochmal? Hier unten, hier staut sich ja irgendwie alles. Jetzt auch nicht mehr. Wunderbar. Lager voll, Lager voll. Wasser haben wir da eigentlich genug. Noch wieder ein bisschen von allem. Alles steht. Wir brauchen nichts mehr. Wir müssen eigentlich nur noch das Monument fertig kriegen. Dafür brauchen wir halt die Steine. So, wo war jetzt das Wasser? Hier war der Brunnen. Den könnten wir drehen. So, hier dran direkt. Machen wir so. Letztes Mal den direkt neben die Schmiede. Haben die auch Wasser zum Löschen, wenn sie es brauchen. Schiebfarm? Nein. Wo war es? Warum suche ich das eigentlich? Ich kann einfach hingehen mit Nickersteuerungstaste gedrückt. So, funktioniert es. Machen wir mal so hier hin. Dass alles gebaut wird. Gucken wir mal. Well Construction Complete. Das ging auch schnell, du. Das ging richtig schnell. Heißt, wir haben jetzt hier noch einen Brunnen. Sehr schön. Was schleppen die hier alles an? Zidda. Mhm. Ich bin mal gespannt. So, da holt er schon Wasser. Gut. Einfach damit wir schneller mehr Level 2 Energiezellen hier kriegen. Für den dicken. Den hier habe ich mal ausgestellt so lange, weil wir haben genug Eisen. Wie wir sehen, wir sind hier auch fertig. Einfach damit er die ganzen Zellen kriegt hier und schneller arbeiten kann. Aber wir sehen es ja, drei Stück. Das muss immer komplett voll sein. Und ansonsten läuft er nicht los. Meckert da rum. Deswegen hier noch eine zweite hin. Ah, da kommt sie schon. Okay. Alles klar. Steine 8 von 20. Sieht es hier aus. Ressourcen. No resources on route. Also keine Ressourcen unterwegs. Bring glory to your colony. Ja, machen wir gerne. Machen wir gerne. Was fehlt denn hier jetzt noch zum Bauen? Das Ding ist auch noch nicht fertig. Was fehlt hier? Stein. Toll. Na toll. Der kommt jetzt zuerst hier hin, oder was? Natürlich. Äh, deprioritize. Den hier würde ich gerne priorisieren, dass das was schneller geht. Mal gucken. Jetzt haben wir Einstein. Haben wir natürlich ja nicht dran gedacht. Früh genug. Das wird mal. Da sind Fische. Mhm. Was ist hier oben? Das weiß keiner. Wir könnten ja hier eigentlich auch einfach mal noch einen, ähm, Bachturm hinbauen. Gucken, was hier oben ist. So, können wir den hier so hinsetzen? Können wir. Setzen wir den hier so hin. So, dann gucken wir, wie wir die Straße da durchkriegen. So, du musst ja von hier aus wieder gehen. So. Machen wir die Straße so. Die können wir dann hier noch irgendwo ansetzen. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Braucht er jetzt auch Steine? Nein, der braucht nur Loks. Loks haben wir mehr als genug. Dann kann er endlich mal wieder hacken da hinten. Der Hackepeter. Sehr schön. Weil der braucht halt immer lange. Wie sieht's hier hinten aus? Ah, drei von fünf. Okay. Da kommt die Batterie. Er geht den nächsten holen. Vier von fünf. Sehr gut. Ich habe one more idle workshop. Was? Was für ein Workshop? Nein. Ah, hier haben wir nochmal Steinkohle und so weiter. Oh, bis wohin es hier geht. Da ist nochmal Kohle. Okay, also wir hätten auch hierhin gekonnt. Gut, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier durch? Wie kommen wir hier durch? Komm, nächsten. Wir tun jetzt mal alles hier erkunden. Auf der Karte. So, der kommt da hin. Von hier aus hier hin geht nicht. Muss ich echt von hier aus hier hoch? Really? So, dann kann man von hier aus hier hoch. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Wir werden es sehen. Der ist fertig. Der ist fertig. So, was soll der jetzt produzieren hier? Genau. Energie Level 2. Sollte der machen. Wie sieht es dann hier aus? 9 von 20 Steinen. Sehr gut. Dann könnten wir hinten an den Steinen nämlich auch noch den kleinen bauen. Der nur die kleinen Zellen braucht. Und nicht die großen. Wobei wir gleich eh fertig sind. Wenn das so weitergeht. Construction complete. Okay. Wo denn? Ach, hier. Okay, stimmt ja. Der konnte ja forschen hier, ne? Select research. Was können wir denn noch researchen? Construction speed 1 machen wir mal. Gucken, was das bringt. Ob das dann auch für die nächsten Level gilt. Oder ob wir das dann neu erforschen müssen. Das weiß ich natürlich nicht. Werden wir dann sehen. So, jetzt machen wir hier mal hin. Road nochmal. Ja, machen wir so lang hier. Einfach. Oder von mir aus so lang. So. Wo haben wir jetzt? Lumberjack foresty surface mine. Shaft mine. Ja. Die brauchen wir. Der kann dann nämlich hier noch Steine klopfen. Kann der hier hinten eigentlich noch was anderes klopfen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Change resource. Nee, hier ist nix in der Nähe. Da können wir den eigentlich abreißen. Destroy. Jetzt weg damit. So, haben wir uns was gespart. Wie sieht es hier aus? 15 von 20. Ja, guck mal. Jetzt kann er nämlich auch immer weiter und weiter und weiter hier schön die Steine da drauf packen. So, dass wir fertig sind. Relativ fix. Und gucke mal. Jetzt kommen da auch schön die Energiezellen immer an. Und wir müssen nicht so lange warten. 17 von 20 haben wir jetzt priorisieren. Natürlich. Das muss primär alles dorthin. Ich mache mal wieder etwas langsamer. Ist mir das zu schnell? Das wollen wir natürlich auch nicht. So, 17. Das müsste dann Nummer 18 sein, den sie da gerade tragen. Die Äpfel wachsen auch schön. Für den schnappes, warum auch immer Roboter, Schnaps brauchen. Ich weiß es nicht. Oder von mir aus Most, wie man es nennt. Milch ist Alkohol-Schnaps. Fertig. Einfach nur Ibebe. Fui Deivel. Aber gut. Die kleinen Jungen und Mädels hier wollen das trinken. Wie sieht es hier aus? Hat der? Wine has no stone deposit in range. Was ist denn das hier? Na, da müssen wir hier noch einen bauen. Wohl 18. Wir werden das nicht mehr fertig kriegen, denke ich. Egal. Wir bauen ihn trotzdem. Road hier dran. Bitteschön. Der gebaut. Da müsste das hier in range sein. Da hinten ist nochmal Eisen. Da ist Kohle. Hier geht es keine Ahnung wohin. Was ist das? Underground deposit. Heels. Unlimited stone. Okay. Das ist sehr gut. Dann hätten wir das auch da bauen können. Aber nö. Wir sind ja hier hochgegangen. So ist es. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Oh. Mission complete. Das Bauwerk ist fertig. Click to continue. Sehr schön. So. Well done. You earned a silver medal. Also eine Silbermedaille haben wir bekommen. Zeit. 11 Monate. 24 Tage. Das wäre mit Sicherheit auch sehr, sehr viel schneller gegangen. Aber egal. Wir gucken jetzt mal. Weiter. Continue playing. War es das schon oder was? Nein. Nein. Glaube ich nicht. So. Machen wir weg. Machen wir zu. Das können wir wunderbar als Dingerns nehmen. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was müssen wir denn jetzt machen noch? Ich habe keine Ahnung. Was ist unsere nächste? Äh. Ja. Save game main menu. Nein. Ich will nicht zurück. Was soll denn das? Pause ist auch schon wieder. Warum? Construction complete. Wir hätten doch noch so viel dazu tun. Build a small monument. Haben wir. Alles. You are always able to construct level 1 buildings if you run out of resources for higher level ones. Okay. Check out the map. Das müssen wir noch machen. Heißt ich muss hier hinten noch hin bauen oder was? Dann machen wir wieder schnell. Mal gucken. Obwohl wir haben doch die Mission complete. Das wäre ja Blödsinn. Was sind hier alles Tipps? Hm. Grüß Hato. Come back to it. Alter. Wie weit geht das hier bitte? Wie weit geht das bitte? Jetzt ist hier auch wieder Stein am hacken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir machen mal folgendes. Ich tue gerade abspeichern hier mit euch zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gucke mal nach, ob ich wieder rausgehen muss, um die nächste Mission zu starten oder ob es das war. Wir werden sehen. Bis gleich. 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 aussuchen hier? Szenario 3 oder Szenario 4? 4 gibt's Kampf. 3 müssen wir die Ozeane erforschen und unseren Einfluss von der Kolonie erweitern. Ich würde sagen, wir machen erstmal 3 und danach kommt dann 4. Also, gucken wir mal, was da so passiert. Da hat es irgendwie immer gleich. Aber macht ja nichts. Das hört sich so cool an. Island with a few, blablabla. Also, hier werden wir wahrscheinlich nicht viel haben. Steine ohne Ende, das heißt, da hinten sind auch nochmal Steine. Das heißt, wir müssen eine andere Insel finden. Da gibt's ein paar Fische. Okay. Recht überschaubar. Was können wir denn alles bauen? Lass mal gucken, was haben wir hier hinten? Track. Piece of Track to start from. Nein, was ist das hier? Road Layer. Brauchen wir auch gerade nicht. Mall Monument. Ne. Storage Yard. Workshop. Sommel. Die macht. Äh, Holz. Die brauchen wir. Wahrscheinlich müssen wir den, ähm, genau. Den Hafen oder so erstmal erforschen, ne? Garantiert. So, warum habe ich das jetzt wieder ausgemacht? Weiß keiner. Hier gibt's keine Fische. Nichts. Da hinten können wir noch so dran kommen. Das ist in unserer Range. Das heißt, wir bauen hier erstmal den ersten Wachtturm hin, damit wir hinten an die Fische kommen. Wo wir ein bisschen... Zack. Lebensmittel einsammeln können. So, jetzt nehmen wir das mal hin. Road. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, machen wir immer so Dreier-Schritte, dass es mehrere sind und wir das Ganze ordentlicher zusammenkriegen. Müssen wir hier nochmal gucken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bis hier hin. So, wo haben wir jetzt unsere Surface Mine? Hier haben wir sie. Können wir so da dran tun. Sehr gut. Wir können direkt noch ein Lager bauen wieder. Aber diesmal immer nur eine Sache wirklich in die Lager räumen und nicht alles kreuz und quer durcheinander. Können wir das überhaupt schon? Müssen wir noch ein Lumber-Dingens bauen hier. Ein Lumberjack. Den können wir hier hinbauen. So. Eins, zwei, drei. Okay, da geht es nicht dran. Dann machen wir den Path hier so. Bitteschön. Machen wir es so. Sind sie dran. Gut. Da wird gebaut. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal wieder Holz. Wir kriegen Steine. Wasser brauchen wir auch nicht wieder alles so hier vollbauen. Jetzt können wir folgendes machen. Und zwar schon mal hier ein Haus bauen für die Energiezellen. Und dann brauchen wir noch einen Brunnen. Der ist, der Brunnen ist hier. Können wir den auch hier so dran bauen. Den bauen wir mal hier so dran. Das ist eigentlich suboptimal. Also maximal immer ein Gebäude an einer so einer Zwischenstelle hier. Ach, der ist schon fertig. Und Holz am Hacken. Okay. Na dann. Da kann man dann später auch wunderbar den Förster reinbauen. Steine werden auch schon gehackt. Super. Ich habe auch jetzt natürlich noch Lebensmittel. Dazu muss der erstmal fertig werden. Gucken wir mal. Und dann müssen wir zusehen, dass wir auch ganz schnell hier einen Workshop bauen können, um zu forschen. Damit wir die Sachen erforschen, um hier runter zu kommen von der Mini-Insel. Denn wir sehen ja, es ist wirklich eine Mini-Insel. Hier ist ja gar nichts. Gar nichts. Aber okay. Wahrscheinlich kommen wir auch nicht bis dahin. Ah, das könnte eng werden. Schaffen wir das vielleicht? Fishing hat. Nein, wir brauchen natürlich einen zweiten. War mir wieder klar. Okay. Heißt, noch einen bauen. Aber dann, sagen wir mal so. Ne, lieber so. Wie darf ich die nicht bauen? Ah, der ist zu nah. Okay. So könnte ich ihn bauen. Aber dann würde ich... Das will ich ungern. Dann würde ich hier die Fische versperren. Ein bisschen blöd. So rum. Machen wir mal so rum. So. Geht nicht anders. Weil wir oben den schon blöd gebaut haben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und so dran. Oder auch nicht. Immer hier das Problem damit. So rum. Fertig. Dann könnt ihr den noch bauen. Och, und immer noch die Nahrung dafür. Sehr gut. Hm, 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 hm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich meine, die machen ja weiter. Oder wir kriegen immer ganz langsam was. Aber es ist natürlich viel zu langsam. Hier würde ich schon mal gerne einen Weg hin haben. Was da hinten? Nichts. Einen Weg hin haben, dass wir an das Steinvorkommen kommen. Wenn wir so viele Steine hier liegen haben, dreimal, dann werden wir die auch brauchen. Wofür auch immer. Für eine Forschung, für Brücken, für sonst was. Wir werden sehen. Genau. Schmeiß das Holz da hin. Weg damit. So. Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, ob dir die Aufteilung hier bis jetzt schon besser gefällt als im letzten Level. Wäre ganz, ganz nett. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr viel besser als vorher. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sage wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.